Fertig machen zur Landung, Brett. Landen. Eine nie gekannte Schwerkraft presst die Körper der Raumfahrer fast bewegungsunfähig zu Boden und verwirrt ihre Sinne. Barry Sullivan und Norma Bengel als Raumfahrer entdecken eine fantastische, aber auch unheimliche Planetenwelt. Eine Welt des Grauens. Letzter Notruf, letzter Notruf. Lager verzweifelt, fast alle tot. Es geht zu Ende. Helft uns. Mark, schnell. Was hast du drin? Die Galliott. Sie ist ganz nah bei uns gelandet. West, Brett, wir müssen sehen, was los ist. Planet der Vampire. Vampire, die jedem Lebenden verderben und totbringen. Geschöpfe ohne Fleisch und Blut bemächtigen sich der Körper der verstümmelten und dahingemordeten. Um selbst eine neue Lebensform zu finden. Eins ist klar, dass jedes intelligente Geschöpf auf diesem Planeten unser Feind ist. Ein Feind, der selbst die Körper der Toten benutzt, um die eigene Gattung zu erhalten. Salas. Nein, nur sein Körper ist es. Ich bin eines der vielen Wesen dieses Planeten, die um ihr Leben kämpfen. Und ihr müsst uns weiterhelfen, unsere Rasse zu retten. Deshalb haben wir eure Leute umgebracht, um uns der Körper zu bemächtigen. Sie werden unseren Befehlen gehorchen. Nein, niemals. Wir werden unser Leben einsetzen, um unsere eigene Rasse zu retten. Wir werden unsere Rasse zu retten. WDR mediagroupuer